herzlich willkommen liebe leute zu einer neuen folge von let's play super mario maker 2 wir machen weiter wo wir aufgehört haben nämlich am bauch uns los wo es jetzt rasant weitergeht und wir müssen wieder geld verdienen also pressen wir doch mal einen toad am tisch an und machen das nächste level ja aber der der ist böse aber der hat einen ausrufe zeigt dann guck halt mal ach der hat einen auftrag von mir ist okay wow ich hab ein paar münzen brav ist ja schon mal dann böser buchhund ja brav ist hier essen aber böser buchhund ne so ja der ventilator brauchen wir immer noch es ist ja so heiß oh lol äh äh hast du gut gesagt neustart irgendwie höre ich nix ja ich bin ja auch du bist du kennst moment ich habe jetzt auch einen geilen sound hier macht alles einmal so viel spaß ja ich habe das gar nicht so äh ich glaube so alles voile weihnachtsmusik ne es neigt auch ein bisschen wenn du'ma so im Internet gehabt hast hier quell klar trained aber ok ich glaube du musst darüber sprechen aber das halt Handlungen Der Soundtrack davon gerade übel ist. Jetzt musst du springen. Alter, was ist denn das hier? Ich weiß, das ist ein bisschen rutzig, ne? Ein bisschen. Ähm, tut den einfach jetzt da auf den Block springen, während er langläuft, oder? So geht's natürlich auch. Sie sind beklatzt hier. War das Unglück? Oder bin ich echt nur ein Noob? Ich bin echt nur ein Noob. Ja. Das sind's alle. Sogar Captain Show, das ist das böse Alten von da hinten. Jetzt... Jetzt ist der weg. Oder? Kannst du ihn holen? Probier mal. Dankeschön. Null. Auf geht's. 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 Hallo, du hast doch gelebt. Was denn? Du kannst wieder rauskommen, siehst du? Nein. Ich darf gar nicht... Ich darf gar nicht gekoffen. Ja, aber du lebst doch noch. Ach so, da gibt's kein Geld, ne? Ah, fuck. Okay. Probier du noch. Jetzt, 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 jetzt macht der Meister. Der Meister zeigt... Der Meister. Wo der Nagel hängt. Nämlich da. Aber echt jetzt, was macht der dort? Oh mein Gott. Da 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 da. Okay. Erzähl mal erst mal. Neustadt. Geht nicht. Aufgeben musst du. Das war das letzte Reden. Ja, Mama ist ja von vorne. Ich hab auch mal einen 5er-Such. Ja. Mamma mia. Hat sie aber auch in 4 Sterne. Das heißt, es ist Kretis. Ja. Da stellen wir uns dann vielleicht doch gar nicht so ganz heiß an. Ja, es ist rutzig. Rutzig. Du, 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 du. Scheiße, Mann. das der Trigger hat mir ist die ich kursiere in Rates Modus ist es Unglück oder bist du ein Noob du triggert mir jetzt gerade du bist auch nicht besser das hab ich nicht gesagt ja das merkt ich ja auch gerade das sieht doch nicht wahr sein komm was sind die für Salences hier wenn man das große Kotzen bekommt aber sie trotzdem macht wenn man Geld haben möchte für Geld macht man da freilich bekannt ist viel würdest du für 10.000 Euro von der Brücke springen ja nee dann hättest du nichts mehr vom Geld ach komm jetzt hier da rutscht man immer so ja wie die fetten Kinder die die Eislauffahren und dann auch immer rutschen und dann die halbe Eiswelle sich kaputt geht wenn die umfallen man kennt es wenn es für jetzt beleidigt sind mal fette Kinder schuss schuss Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020